Hallo und herzlich willkommen, verehrte Zuschauer, zu einer kleinen sportlichen Runde hier bei Gameswell. Ich bin's, der Felix. Dann haben wir hier den Christian, den Matze und natürlich den Herrn Flönz. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Wir werden jetzt eine Runde Switch Sports spielen. Und zwar gibt es da diverse Disziplinen, die man mit bis zu vier Spielern zocken kann. Also insgesamt gibt es ja sechs Disziplinen. Drei davon kann man bis zu vier spielen. Und jetzt ist natürlich gleich mal die Frage. Habt ihr damals Wii Sports gespielt? Ja, klar. Hat auch jeder irgendwie gespielt. Jeder und die eigene Oma dann auch noch mit dazu. Weil das ist ja so simpel mit dem Bewegen. Und jetzt ist das Ding wieder da. Und wir machen mal so eine kleine Competition hier. Habt ihr Bock? Es gibt mir gar nicht mehr Bock, habt ihr das mitmachen. Wollt ihr Tennis gleich? Okay, dann machen wir Tennis. Kau mir nicht in die Fresse. Christian, du schlägst auf. Nein, ich bin rechts unten. Dann bin ich doch mit Matze zusammen. Verdammt. Nein. Ich muss aber noch dazu sagen, ich habe dreimal geschwungen und nur einmal kurz registriert. Ich weiß überhaupt nicht, ob mein Schläger... Wart mal, ich muss mal... Ja, das bin ich. Nee. Das bin ich hinten. Mensch, Felix. Ich brauch mal was. Ja, sehr schön. Rüber! Oh, das war ich. Das war nicht so gut. Nein! Oh, das war ich! Oh, der wurde noch geholt. Was ist denn hier los? Es ist so unkoordiniert. Das Wild ist gefucht. Total geil. Nein, ich bin wieder vorne. Scheiße. Was ist das denn? F***ende Leute in meinem Garten. Ha! Ha! Nein, verdammt. Oh, shit! Yes! Zack! Weg gemacht. Oh, durch die Beine. Durch die Beine, ey. Hast du, Matze? Musst du haben, Matze! Ich muss ja verzeichen. Ja! Schnell, Matze! Du! Nein, Matze, nicht sowas! Yes! Das soll ich so dumm spielen! Sehr gut. Sehr gut. Jetzt kommt die Ausrede. Nein! Du darfst doch nicht so dumm spielen. Wie konnten wir denn 30-0 geführt haben? Schon ist es passiert. Sehr schön. Ach, schön ausgespielt. Eieieiei. Okay, die haben uns schon gebraked. Es läuft nicht gut. Scheiße, das bin ich. Ja, das bist du. Das bist du. Wir sehen halt gleich aus. Oh, schöne Rückhand. Nochmal eine schöne Rückhand. Vorhand. Ich check gerade gar nicht mehr. Ich bin... Oh, fuck. Ja, fantastisch. Alles richtig gemacht, Matze. Nichts checken ist gut. Ha. Trickball, ey. Oh, mein Gott, ey. Oh, 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 oh. Ah, nein, sie hat mir doch nach links gespielt. Ah, haste dich, haste dich. Meine Güte. Haste dich. Oh, shit. Was war das denn für ein Return? Was ist die auch so langsam? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Yes. Gute Siegtheit immer. Oh, was? Oh, 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 oh. Das war ein Ass. Das war ein Ass. Schaut es dir schon mal an. Aufschlag perfekt. Nope. Und einfach daneben. Rückhand statt Vorhand gemacht. Das ist wie es? Klassischer, äh, klassischer Backup-Fehler. Nein! Ja! Nein! Umland ist das Verlass. Spielsatz und Sieg für die Guten. Wie kann der denn nach da gehen, wenn ich so... Das ist doch Schwachsinn. Aber fühlt sich das jetzt großartig anders an im Vergleich zu Wii Sports? Nee. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Gehen wir mal zu Bowling. Oder sollen wir Spezial machen? Ich finde, Spezial hört sich gut an. Fast so. Wir sind auch Spezial. Oh, was ist denn da für ein Ömmel? Das geht ja auch noch bergauf. Wow! Wir mussten ja unbedingt Spezial... Okay, ich sehe schon. Das ist ja die erste menschliche Bewegung. Wow! Scheiße, ich laufe schon. Oh! Ja, das ist ja auch so. Zwei mehr als du. Zwei mehr als du. Emotional Damage! Drei. Ja, stimmt. Ich kann nichts dagegen sagen, ey. Ah, sehr schön. Der Klasch ist Pizarro, so nennt man das. Aber doch... Ah! Also, das... What? Nein! Sehr gut. Matze, du weißt, wir sind auf Strike-Linie. Wenn wir jetzt weiter Strikes machen, einfach nur Strikes durch, dann können wir nicht... Ach, schade. Oh! Sehr gut! Einfach geradeaus durch. Auffassen, dass du keinen Drall reinbringst. Oh! Oh! Nein! Oh! Das war ja richtig schlecht! Fuck! Ja, Matze, jetzt habe ich es verkackt, ey. Sorry, das war meine Vorlage. Nee! Sind die leicht gewölbt oder so? Genau, die rollen dann ein bisschen schräg runter, wenn du alle rollst. Ja? Oh! Schade! Da habe ich noch mal Glück gehabt, ey. Dass der eine da noch rumgebumst wurde. Ja! Ja! Sehr gut, Matze! Super! Ja, Flöns, jetzt mach halt einfach. Ja, wir machen jetzt hier. Oh! Jawoll! Wow! Sehr gut. Alle, bloß nicht der Flöns darf einen Strike machen. Eine Woche unerträglich? Ja, das ist... Eine Woche, das Ganze, ja. Oh nein, was? Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist so ein Bullshit, ey. Das ist so ein Bullshit, ey. Sorry, nee, aber eigentlich... Nee, eigentlich musst du den versemmeln. Geworfen. Du hast geworfen, ey. Sieht man, da sieht man einen fernen Sportsmann. Da sieht man einen fernen Sportsmann. Ja, du hättest das nicht gemacht. Natürlich hätte ich das gemacht. Nein, nein. Ich hätte halt einfach so in die Rente schon geklappt. Sehr gut. Und? Ganz Treiko. Jetzt wird's doch nochmal spannend, ey. Ja, Mann! Ja, Mann! Wir müssen jetzt auf den Pflanz zählen. Ne, die haben schon gewonnen. Die können gar nicht mehr... Ach, scheiße. Kack, wir haben's beim ersten Frame, hab ich's verkackt, ey. Oh, schade. Gerade noch so. Den guten gewinnen immer. Ja, ja, genau. Nur zu unserem Spruch hier, ne? Wir haben ja zum Glück noch Spiel 3. Mann, okay, okay. Ich glaub, es sei Team Skilken, Team Dussel. Ja, das war, äh... Ne. Wir kommen zu Disziplin Nummer 3. Und Disziplin Nummer 3 wird das jetzt entscheiden, ob Team Sport nicht gegen Team... Böse. Ja, sieht man auch. In Schwarz angezogen, ne? Das ist gleich so typisch. So ein Pokémon-Rüpel. Sieben Rüpel. Pretty gut. Die macht mal einen Aufschlag. Okay. Okay. Oh Gott. Achso. Hä? Du musst's hochlegen. Oh shit. Huh! Ah ja, schön. Jawohl. Bam! Jawohl. Warum hat denn der Schmetterball nicht so gut geklappt? Da hast du wieder irgendwas von, nicht gescheit gesagt, beim Schmetterball, ne? Das ist schon wieder weggeschmettert, ey. Er hat's auch hinkriegt. Hiiii. Hoppada. Ja. Nein, du musst dann schmettern, Matze. Scheiße. Oh, nicht cool. Mach doch oft cool, oder? Nee, schön. Huatada. Ah, geblockt. Ach, leider. Ah. Blockberührung. 1-1. Wenn du vorne am Netz bist, musst du dann schmettern, ne? Okay. Hä? Yeah. Oder auch nicht, wenn man einfach so smooth ist. Nicht richtig. Oh, der war drin. Da die schwitzigen Hände, sorry. Hä? Hä? 3-1. Ich glaub das reißen. Alles cool, Jungs. Macht weiter so, ihr seid richtig gut. Hä? Sehr schön. Hä? Wie blockt man? Das hat er auch nicht gesagt, ne? Unser Tester. Oh Gott. Ah! Ja! Geblockt. Geblockt! Geblockt, Mann! Schau, schau, wie gut! Das Blocken kurz vorm Ziel. Was kennt der Flens? Okay, ich mach zuspielen. Und dann blocken. Shit, das war nix. Komm, 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 komm! Ah! Komm, 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 komm! Geblockt, oder? Nein! Wir haben's geschafft! Ja, 5-2 ist schon ziemlich schwer. Ja, muss man sagen, hat sich Skill letztendlich doch durchgesetzt. Das war wohl ein Schuss in den Hof. Ja, danke Jungs. Das war jetzt unser kleines Match hier bei Switch Sports, das jetzt, ich glaub seit kurzem erhältlich ist. Sechs Disziplinen gibt's, ihr habt jetzt drei davon gesehen. Es soll, glaub ich, später im Herbst noch Golf kommen, nicht wahr? Bin ich sehr gespannt drauf, weil Golf hat mir fast damals bei Wii Sports am meisten Spaß gemacht, wie sie das umsetzen werden. Gibt auch noch Fußball, Federball und Chanbarra, so ein Schwertkampf-Dings. Was ich leider schade finde, dass irgendwie so ein bisschen Baseball fehlt, ne? Das hatten sie doch damals drin bei Wii Sports. Ist auch nicht angekündigt. Und sie könnten meines Erachtens noch mehr Sportarten machen. Also da könnte man noch viel mehr machen. Aber vielleicht kommt das ja noch, ähm, ja, ich merk jetzt ehrlich gesagt nicht einen großen Unterschied zu Switch, äh, zu Wii Sports irgendwie von der Bewegungserkennung. Es ist immer noch wildes Gefuchtel, oder? Ja. Ja, das war schon eher so. Aber es macht halt trotzdem Spaß. Also so Bowling oder so auf einer Party mit Leuten, die ja sonst mit Videospielen nicht viel am Mut haben, ist sicherlich ganz spaßig. Aber auch nichts Wertbewegendes.